Als nächster Redner zu Wort gemeldet, Peter Pilz, er kommt von den Grünen. Werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, lieber Andreas Kohl, lieber Rudi Hunsdorfer, auch ich wünsche euch beiden alles Gute und ich wünsche mir, dass ihr schon in wenigen Monaten als besonders sympathische Ehrengäste zur Angelobungsfeier vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingeladen werdet. In alter Verbundenheit. Aber jetzt kommen wir, das war ein ganz parteiunabhängiger Wunsch, den ich jetzt geäußert habe. So, und jetzt zur Regierungsumbildung. Herr Bundeskanzler, jede Regierungsumbildung ist eine Chance und Sie wissen es und wir wissen es alle in diesem Haus, das ist wahrscheinlich Ihre letzte Chance. Und die Qualität eines Bundeskanzlers misst sich auch daran, wie er seine Chancen nützt. Jetzt drehe ich mich nur noch links um und schaue auf die Regierungsbank und frage Sie nur eins, was haben Sie sich dabei gedacht? Was haben Sie sich dabei gedacht? Am einfachsten tue ich mir nur noch mit dem Minister Stöger. Minister Stöger ist ein ausgezeichneter Verwalter dort, wo es ums Verwalten geht. Gesundheit verwalten, okay. Infrastruktur verwalten hat auch gerade noch geklappt. Aber ist es wirklich Aufgabe im Sozialministerium, jetzt die größten Fragen dieser Republik zu verwalten? Eine Million Menschen in Österreich an der Armutsgrenze und Stöger wird geschickt, um zu verwalten. Der Rechnungshof berichtet uns, dass die untersten 10% der männlichen Einkommensbezieher – und da geht es nicht um Flüchtlinge, das ist keine Ausländerdebatte – die untersten 10% der männlichen Einkommensbezieher in den letzten 10 Jahren 52% ihres Bruttoeinkommens verloren haben. Und viele Frauen hat es noch schlimmer erwischt. Und da schicken Sie einen Verwalter hin und nicht einen der wenigen Politiker oder Politikerinnen, die sagen, ja, ein politischer Wechsel, ein Richtungswechsel, eine neue Politik ist möglich. Ja, Österreich ist reich und stark genug, um Armut erfolgreich zu bekämpfen. Ja, wir sind ein reicher Staat. Ja, wir haben gute Unternehmen. Ja, wir haben qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir probieren was Neues. Das Problem ist ja nicht draußen in den Unternehmen, unter den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, unter den Studenten und Studentinnen. Das Problem sitzt hinter mir und vor Ihnen, meine Kolleginnen und Kollegen. Das Problem heißt österreichische Bundesregierung. Wenn Politik nicht gestaltet wird, dann können die Probleme nicht gelöst werden. Und jetzt gehen wir von Stöger zu einem anderen Regierungsmitglied. Und da wird dann alles klar. Herr Bundeskanzler, wie konnten Sie auf die Idee kommen, den gescheiterten Verteidigungsminister an die Spitze des Infrastrukturressorts zu setzen? Ja, ist es bei Ihnen üblich, wenn ein Unternehmensberater zu Ihnen kommt und Sie sagen, ich brauche einen Vorstandsvorsitzenden für eines der besten Unternehmen Österreichs. Und der sagt Ihnen, ja, ich hoffe, er hat gerade einen Riesenkonkurs gebaut und ist vollkommen allein schuld an dem Konkurs. Und der Minister Faymann oder der Kanzler Faymann sagt, ja, hurra, er hat gerade einen Konkurs gebaut. Na, das ist der Richtige. Den nehmen wir aus dem Verteidigungsministerium, das hat er runtergewirtschaftet, und geben ihm das noch funktionierende Infrastrukturministerium. Ja, was hat der Bundesminister klug geleistet? Er hat einen Dienstwagen gemanagt. Er hat Einsätze des österreichischen Bundesheeres von Syrien bis Ukraine angekündigt. Zum Glück ist nichts draus worden. Er hat, danke noch einmal, mit drei Wochen Verspätung eine Gulaschkanone an die südsteuerische Grenze gebracht. Aber er hat nicht die Wehrpflicht reformiert. Er hat nicht die Kasernen in Ordnung gebracht. Und er hat nichts dazu beigetragen, den Grabenkampf zwischen Generalstab und Kabinett zu beenden, sondern dieser Widerspruch und dieser Gegensatz und dieser innere kalte Krieg im Verteidigungsministerium hat sich verschärft. Und was das Schlimmste war, er war nicht in der Lage, und da trifft beide Seiten die Schuld, auch nur irgendwo mit der Innenministerin in den großen Fragen von der Flüchtlingskrise bis zur inneren Sicherheit und zur Bekämpfung der Kriminalität zusammenzuarbeiten. Ja, und jetzt, wenn er nicht einmal einen Dienstwagen managen kann, lassen Sie ihn auf die ÖBB los. Herr Bundeskanzler, ich verstehe Sie nicht. Wie sollen das die Menschen verstehen, dass der Minister, der am dramatischsten gescheitert ist, jetzt, wie der Vizekanzler richtig sagt, für die Zukunft verantwortlich sein soll? Und dann der neue Verteidigungsminister, verdiente Vorschusslorbeeren an der burgenländischen Grenze, ich habe ihn selbst dort getroffen, gesehen, was er tut, ausgezeichnete, hochkompetente, sehr beruhigende Arbeit in einer sehr aufgeheizten Situation. Und jetzt gibt er seine Eintrittskarte als Verteidigungsminister ab und schlägt vor, Präsenzdiener in den Flüchtlingseinsatz an die Grenze zu schicken. Sinnvollerweise sagt die Polizei, wir schicken unsere qualifiziertesten Beamten und wollen keine Polizeischüler und Polizeischülerinnen. Und bei uns sitzen die qualifiziertesten Soldaten und Soldatinnen in Kasernen in einem traurigen Zustand und sie wollen die Präsenzdiener an die Grenze schicken und wollen einen gescheiterten Wehrdienst, über dessen Aufhebung wir ein zweites Mal mit Volksabstimmung reden müssen. Nach einer verheerenden Reformbilanz verlängern, verlängern, das geht doch nicht. Ich weiß nicht, wer Ihnen das empfohlen hat, der Generalstab kann es nicht gewesen sein. Herr Verteidigungsminister, es tut mir persönlich leid, ich hätte Ihnen aufgrund dessen, was Sie als hoher Polizeibeamter auch an der Grenze in Nickelsdorf geleistet haben, einen völlig anderen Start gewünscht, auch uns. Aber das war ein Fehlstart, das war ein Bauchfleck, das war nichts. Und meine Damen und Herren, wir müssen uns langsam überlegen, wie das weitergehen soll. Diese Art von Regierung ist der Republik nicht zumutbar. Wir werden noch größere Krisen erleben. Nichts deutet darauf hin, dass sich die Weltwirtschaft und die großen europäischen Krisen von der Flüchtlingskrise bis zur Finanzkrise von selbst bessern. Wir brauchen eine handlungsfähige Bundesregierung. Wir haben einen handlungsunfähigen Infrastrukturminister, wir haben einen offensichtlich fehleranfälligen neuen Verteidigungsminister und wir haben einen Sozialminister, der vielleicht verwaltet, aber wahrscheinlich nicht die Zukunft gestaltet. Aber vor allem haben wir einen Bundeskanzler, der uns heute eines signalisiert. Diese Bundesregierung hat keine Zukunft. Wahrscheinlich hat sie ihre letzte Chance verspielt. Das, was Sie hier angemeldet haben, Herr Bundeskanzler, ist ein politischer Ausgleich. Wenn Sie so weitertun, wird dem der politische Konkurs folgen. Und dann reden wir über etwas anderes, nämlich eine Neugestaltung der politischen Verhältnisse in Österreich und darin sehe ich die einzige Chance. Dankeschön. Eine Generalabrechnung mit der Bundesregierung von Peter Pilz von den Grünen. Eine Regierungsumbildung sei stets auch eine Chance, doch im vorliegenden Fall eine vertane, sagt der grüne Abgeordnete.